Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du durch Schreiben mehr Gelassenheit erleben kannst und zu dir selbst kommst. Tipp Nummer 1. Fang einfach an. Bevor wir gleich ins Schreiben reinspringen, einmal kurz dazu, was Schreiben eigentlich für dich bewirken kann. Wenn du deine Gedanken, Grübeleien, Sorgen zu Papier bringst, kannst du davon Abstand gewinnen und so gelassener werden. Außerdem hilft das Schreiben dir dabei, wieder mehr auf dich selbst zu hören und bei dir selbst anzukommen. Dazu ist es aber wichtig, mit dem Schreiben auch wirklich anzufangen und in einen gewissen Fluss zu kommen. Dazu die erste Übung. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und versuch mal, zwei Seiten automatisch runterzuschreiben. Du kannst dir dabei Fragen stellen wie, wie geht es mir eigentlich, was beschäftigt mich gerade, was belastet mich, was finde ich schön. Oder auch einfach irgendein Quatsch, der dir einfällt. Du kannst auch einmal einfach zwischendurch mal aufschreiben, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Es geht darum, um in diesen Schreibfluss zu kommen, den Stift möglichst nicht abzusetzen, während du diese zwei Seiten schreibst. Das klingt erstmal ungewohnt, den meisten Leuten fällt das aber ganz leicht, wenn sie erstmal loslegen. Also, schnapp dir einen Zettel und einen Stift und fang einfach an. Tipp Nummer 2. Schau genau. Schreiben hilft dir nicht nur dabei, bei dir selbst anzukommen und zu spüren und zu fühlen, was gerade bei dir selber los ist, sondern es schärft auch die Wahrnehmung für deine Umgebung. Das probieren wir jetzt aus. Nimm dir wieder Zettel und Stift. Ich hoffe, du hast das bei der Hand. Und lass dich mal auf folgende Wahrnehmungsübung ein. Heb doch einfach mal den Blick und guck, was du über dir im Raum wahrnimmst. Lass deinen Blick schweifen und nimm ganz genau wahr. Schau ganz genau. Was siehst du? Was nimmst du wahr? Was für Gegenstände stehen in dem Raum vor dir? Welche Farben, welche Formen kannst du wahrnehmen? Und probier all das, was du siehst und wahrnimmst, einmal aufzuschreiben. Versuch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Frag dich, was spürst du? Was siehst du? Was riechst du? Oder was hörst du? Nimm all das mit in deine Beschreibung von der Situation, die dich umgibt. Wenn du das ausprobiert hast, kannst du auch nochmal deinen Blick senken und gucken, was du auf dem Boden vor dir siehst. Auf deine Schuhe, auf den Fußboden. Wie ist der beschaffen? Auch hier probier wieder zu skizzieren mit Worten. Welche Farben siehst du? Welche Formen? Was riechst du? Was fühlst du? Probier möglichst immer weiter reinzugehen in diese sinnliche Erfahrung. Und wenn du das ausprobiert hast, kannst du ja auch nochmal das Geschriebene durchlesen und gucken, habe ich wirklich mehr gespürt und mehr wahrgenommen als sonst? Ich würde sagen, das passiert bestimmt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Schreiben. Tipp Nummer drei. Erinnere dich. Schreiben hilft dir nicht nur, mehr und mit allen Sinnen wahrzunehmen, sondern kann dir auch dabei helfen, dich besser zu erinnern an Begebenheiten in deinem Leben. Und zwar an stärkende, schöne Bilder und Erinnerungen. Das probieren wir jetzt aus. Nimm dir wieder deinen Zettel und deinen Stift und erinnere dich einmal an eine Person in deiner Jugend, die dich bestärkt hat. Die für dich, die an dich geglaubt hat und die für dich wichtig gewesen ist. Guck, ob das eine Person aus deiner Familie ist. Das muss aber keine Person aus deiner Familie sein. Das kann auch eine Lehrerin, Lehrer, eine Freundin, ein Freund, eine Nachbarin, ein Nachbar sein. Menschen, die für dich einen Unterschied gemacht haben und die dir gute Hinweise gegeben haben und dich bestärkt haben und an die du gerne zurückdenkst. Wenn du jetzt über diese Person schreibst, erinnere dich, wie sah diese Person aus? Wie hat diese Person geredet? War sie groß? War sie klein? Was hatte sie an? Versuch dann darüber zu schreiben, was hat diese Person dir gesagt? Und wo hast du sie getroffen? Was hat sie dir vermittelt? Was war wichtig in eurem Kontakt? Und probiere ganz genau aufzuschreiben, was für Sätze oder was für Gesten du von dieser Person erinnerst. Und du kannst am Schluss auch noch darüber schreiben, was die Person für dein Leben bedeutet, was du vielleicht heute so machst wie diese Person oder was für dich dort ein ganz entscheidender Hinweis oder Schlüssel gewesen ist. Probier dich in diese positive Erinnerung hinein zu begeben und schreib darüber jetzt. Diese positiven Erinnerungen können uns stärken und geben uns somit im Alltag mehr Gelassenheit. Je genauer wir die erinnern können, desto besser können sie ihre Wirkung entfalten. Tipp Nummer vier. Klärung finden. Schreiben kann dir dabei helfen, Dinge auf den Punkt zu bringen, dich zu klären und herauszufinden, was du willst. Das kannst du jetzt üben. Nimm wieder Zettel und Stift und schreib eine To-Do-Liste für dich selbst. Überleg dir fünf Dinge, die du in den nächsten Wochen gerne machen möchtest. Und zwar sollen das schöne, bereichernde Dinge für dich sein. Ein kleiner Ausflug in die Natur, ein bestimmtes Buch zu lesen, ein bestimmtes Restaurant zu besuchen, eine bestimmte Person zu treffen. Mach dir eine schöne, kleine To-Do-Liste mit kleinen Dingen, die du für dich tun kannst. Wenn du die fünf Punkte gefunden hast, dann such dir spontan einen davon aus und guck, ob du ihn gleich heute verwirklichen kannst. Viel Freude dabei. Tipp Nummer fünf. Sorgen loslassen. Eine ganz große Stärke des Schreibens ist, dass wir uns dadurch Belastungen, Sorgen, Grübeleien von der Seele schreiben können. Das funktioniert im Prinzip so, sobald wir Worte auf Papier werfen oder uns mit Situationen, mit belastenden Situationen beschäftigen, finden wir eine gewisse Distanz dazu und können die Dinge anders sehen und vielleicht sogar ganz loslassen. Verschiedene Übungen können dabei helfen, zum Beispiel belastende Sätze oder Grübeleien, die immer wieder auftreten, loszulassen. Ich sage dir mal so ein paar typische Sätze, die eigentlich fast bei jedem im Kopf rumspucken. Sowas wie, das war schlecht, ich bin nicht gut genug oder du musst mehr machen oder das schaffe ich nicht oder das ist deine eigene Schuld, dass es so ist. Vielleicht merkst du selber bei dir, dass es so ein paar Gedanken gibt, die du dir immer wieder machst oder die du in deinem Alltag dir immer wieder belastend vorwirfst. Schau doch mal, ob du ein oder zwei solche für dich typischen Gedanken jetzt einmal auf einen extra Zettel schreiben kannst. Wenn du das gemacht hast und diese ein, zwei Gedanken auf den Zettel geschrieben hast, dann falte den Zettel zusammen und leg ihn an einen sicheren Ort. Das kann eine Schublade sein, das kann eine Sorgenschachtel sein, die du dir extra dafür anlegst, wo du immer mal wieder kleine Zettel oder Karteikarten reinwerfen kannst, wo sorgenvolle Gedanken oder belastende Grübelsätze auftauchen. Mit dieser Technik kannst du ein bisschen experimentieren. Guck doch, dass du dir einen Ort für diese sorgenvollen Grübeleien anlegst. Wie gesagt, ob eine Schachtel oder eine Schublade, was der Ort, der für dich passt. Leg den Zettel da rein und sag, hier ist meine Sorge, hier ist der Satz gut aufgehoben, ich kann davon loslassen. Tatsächlich kann das auf Dauer helfen, belastende Gedanken mit mehr Abstand zu sehen und dadurch gelassener zu werden. Ich hoffe, du kannst die fünf Schreibtipps gut für dich umsetzen und dabei spüren, welche stärkende Kraft das Schreiben hat und wie du dadurch mehr Gelassenheit gewinnst. Das sind jetzt natürlich nur ein paar kleine Übungen und Ideen, wie du einen ersten Zugang zum Schreiben und zur Gelassenheit finden kannst. Wenn du tiefer einsteigen willst und erfahren möchtest, wie du durch Schreiben mehr Lebensfreude gewinnst und deine eigenen inneren Muster und Gedankengänge besser verstehst, dann habe ich auf sinnsucher.de eine Drei-Tage-Schreib-Challenge für dich vorbereitet. Auf sinnsucher.de gibt es auch noch einen Kurs von mir, der auf vier Wochen angelegt ist, wie Schreiben befreit. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei den Übungen und beim Weiterschreiben. Ich hoffe, du bleibst dran. Schreiben kann dein Leben verändern. Wenn du regelmäßig belastende Gedanken und Sorgen aufschreibst oder auch Ideen, die du hast, dann kannst du so zu mehr Klarheit kommen, Dinge besser verstehen und mehr Gelassenheit entwickeln. In meinem Kurs Wie Schreiben befreit? Lernst du zum Beispiel, kleinere Kränkungen aus der Vergangenheit aufzuschreiben, mehr Distanz dazu zu bekommen und schließlich die Kränkungen oder kleineren Verletzungen auch tatsächlich loszulassen? Ich bin davon überzeugt, dass Schreiben eine großartige Möglichkeit sein kann, um immer wieder bei sich selbst anzukommen. In meinem Kurs Wie Schreiben befreit gibt es vier Module. Im ersten Modul geht es darum, Grübeleien, Sorgen und belastende Gedanken aufzuschreiben und mit verschiedenen Techniken immer mehr loszulassen. Im zweiten Modul beschäftigst du dich mit dir selbst und kommst schreibend bei dir selbst an. Im dritten Modul gehen wir noch einen Schritt tiefer und gucken, wie du Kränkungen und Verwirrungen aus der jüngeren Vergangenheit schreibend erfassen und loslassen kannst. Und in einem vierten Modul wirfst du die Zukunft auf Papier und schaust, welche Werte und Wünsche auftauchen, wenn du einfach losschreibst. Wenn du dich überfordert fühlst, verwirrt oder weit weg von dir selbst, dann kann mein Kurs Wie Schreiben befreit dir dabei helfen, mehr Gelassenheit und Klarheit zu gewinnen. Ich bin Anne Otto, Diplom-Psychologin und Journalistin und habe nicht nur das Schreiben zum Beruf gemacht, sondern bin auch privat eine echte Vielschreiberin. Diesen Kurs habe ich gemeinsam mit der Zeitschrift Flow für dich entwickelt.